Na komm runter, Grizzlybär. So, jetzt umrunden wir dich und töten dich. Ihr seid schon voll. Oh. Und mehr Gold für uns. Sehr schön. Also ich glaube, es ist wirklich ein Problem, wir dürfen dieses Ding nicht benutzen. Habe ich so die Vermutung. Den Bereich da unten meinen wir erstmal auch und gucken uns mal die anderen Bereiche so an. Hier ist ein Magierturm. An dem sollten wir nicht so direkt vorbeimarschieren. Ich will jetzt erstmal die Warrockhöhle da vernichten. Ja. Eine ersetzsame Kreatur, die euch nicht fühlt, bezieht aus der dritten Kugel ihre Kraft. Hm. Der Lich. Hoh. Das war's. Wie gesagt, Nachkämpfer kann ich mir jederzeit neue holen. Äh, seid ihr jetzt Feinde? Ja, jetzt seid ihr Feinde. Das ist nicht so schön. Nur weil hier Bauern rumlaufen. Warum laufen Bauern rum? Na ja, egal. Ich bin sowieso nicht so sehr auf die Hilfe von denen angewiesen. Machen wir uns mal hier neue Truppen. Ja, ja. Ein mächtiger Zauber besitzt die vierte Kuh. Jetzt, wo ich nach den Kugeln suchen muss, brauche ich eure Hilfe nicht länger. Nee. Eine Kreatur, die mich nicht fürchtet. Nochmal sehen. Mäso, ich habe Mäso. Ich habe Mäso. Mäso. Okay, ich merke gerade, die kann man nicht töten. Achso, und man muss ihn töten. Stimmt, man muss ja ihn töten. Ich habe Mäso. Ich habe Mäso. Mäso. Ich habe Mäso. Ich habe Mäso. Jetzt brauche ich nur noch eine weitere Kugel. Ich bringe die Kugel nach Aldergoth. Mäso, ich bin die Kugel. Ich bin die Kugel. Ah! 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 Na gut, ich könnte auch alle meine Ressourcen, die Nekropolis, verkaufen jetzt. Die wollen Geld für Frieden, hm. Oh, ich soll dich mal zur Nekropolis schicken. Und hier alles wieder aufsammeln. Ja, Frieden können wir auch irgendwie später schließen. Ja, das Problem ist, die zahlen mir ja die 1000 Goldstücke für die Schmiedesache. Ja, die will nicht nochmal einen Krieg riskieren mit denen und dann wieder zahlen müssen. Ja, ich will mir ja sagen. Ja, Sir. Ja, Sir. Wir wissen, Schriftrolle könnt ihr gleich mal benutzen. Tja, und an den Dämonentöter kommen wir gar nicht mal ran. Ja. 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 So, währenddessen gucken wir mal, gibt es neue Trupps. Einen neuen Trupp gibt es, kleine Skelette, aber wir warten auf was Größeres. Also bis alles wieder gespawnt ist. Also hier der Magier-Turm, der hat auf jeden Fall ein Orb. Menschendorf braucht von hier etwas. Und Bristan braucht gerade nichts. Menschenfestival auch nichts von uns. Menschendorf ist auch ein Feind mittlerweile. Okay. Nicht so schön. Wo hängst du schon wieder fest? Ja. 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 Und ja, vielleicht kommt euch das hier ein bisschen bekannt vor. Hm. Gut, ich würde aber sagen, sicher ist sicher. Wir speichern hier. Hm. Und machen einen Cut jetzt erstmal. Also, bis gleich. Okay. Okay.